Hey, wir sind noch Leute auf dem Dach. Kommt zurück! Haben die uns gesehen? Die haben uns gesehen und kommen nicht wieder. Glaubt, der fliegt zum Einkaufszentrum rüber. Ich glaub, da unten geht's rund. Nehmt Waffen. Oh ja, ne hübsche kleine Axt. Das sind echte Zombies, wie aus den Büchern. Wer in dir? Na los, reißen wir uns mal zusammen. Aufpassen! Kurzer! Widerliche Pappel! Was ist das? Kettensäge. Hab ne Kettensäge. 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 Was war denn das? Scheiße, Vorsicht! Die Treppe wieder runter! Lade nach! Lade nach! Ich bin von denen im Schutzanzug! Soda! Soda! Pin! Adrenalinschuss! Nebenschuss! Lade nach! 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 Lade! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!